Hi und herzlich willkommen zurück zu Charmantle Souls und ich glaube, ich bin ein wenig weiter gekommen. Zumindest bin ich jetzt ungefähr eine Stunde rumgelaufen, hab nicht wirklich sehr viel erreicht bis auf eine Geschichte. Also ich wollte ja eigentlich nach Dokumenten und zu suchen. Was mir aber noch aufgefallen ist, ich hab einen Raum wohl nicht wirklich gründlich abgesucht. Ich weiß nicht, ob da Viecher drin waren, aber wir haben auf jeden Fall... Ich hab den 5. Verbandskast gefunden, was schön ist, also Trophäe. Und noch ein bisschen Muni extra. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich mir das... Das war beim William Tagebuch. Beim Williams Tagebuch. Und zwar die 4. Ich glaub, die hatten wir schon, weil die hab ich im Ankleidezimmer gefunden. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Aber ich lese trotzdem mal vor. Okay, 21. Juni 1969. Maria bestand darauf, den 5. Geburtstag unserer kleinen Mädchen groß zu feiern. Selbst mein eigensinniger Vater stieß zu uns. Es scheint, die Mädchen haben ihn auf eine positive Art verändert. Als wäre perfekt gewesen, wenn da nicht Noah gewesen wäre. Marias Vater. Sein kalter, starrer Blick sorgte bei den Mädchen für Unbehagen. Und die grobe Art, wie er Maria behandelte, bereitete mir Unbehagen. Von, wenn der alte Mann glaubt, er könne meine Frau weiterhin so missbrauchen, wie er das in ihrer Kindheit getan hat. Oder wenn er zu glauben wagt, dass er mit seinen Enkeln zu tun, dann täuscht er sich gewaltig. Ich werde meine Frau und meine Töchter vor jedem beschützen, der ihnen Schaden zufügen will. Das hatten wir schon. Ich habe mich wieder erinnert und ich habe einen Zeitungsartikel gefunden. War das, ich weiß, ich glaube, das war der gewesen. Den hatte man, glaube ich, auch noch nicht. Ein Patient mit den initialen HBP ist verschwunden. Er befand sich im Hospital, nachdem er sich selbst eine Schusswunde im Bauch zugefügt hatte, um den Antritt einer Haftstrafe zu umgehen. Zu dem Vorfall kam es kurz, nachdem eine fünfte Leiche auf Selman Anwesen entdeckt worden war. Die Polizei sucht weiterhin in der unmittelbaren Umgebung des Hospitals nach den Flüchtigen. Dies ist das dritte Mal, dass ein der Vergewaltigung bzw. des Mordesbeschuldigter aus der Einrichtung entkommen konnte. Bislang konnte die Polizei keinen der zuvor entflohenen Verdächtigen wieder auffinden. Das ist nicht wirklich gut. Im Übrigen hatte ich auch ein bisschen bei den, was mir halt eingefallen ist, bei den Kalendern habe ich ja ein paar gefunden gehabt, war aber jetzt keiner dabei. Also wegen dem Rätsel mit der Uhr war jetzt keiner dabei, wo es wirklich erst 25. November und eine Uhrzeit irgendwie dabei gewesen wäre. Wo wir aber jetzt erstmal weitergehen können. Ich hoffe, ich komme da relativ schnell hin. Ich bin ja hier... Naja, wie sieht, bin ich hier unten nicht. Aber eh eine Geschichte hatte ich noch vergessen gehabt. Zu der müssten wir eigentlich auch gleich kommen. Beziehungsweise ein Eintrag von Berton. Wo ich mir nicht sicher bin, ob wir das auch nicht sicher bin, ob wir das gelesen haben. War zumindest hier vorne bei unserem Kumpel. Sonst ist es im Raum nüsch, den lasse ich mal leben. Den habe ich eigentlich fertig gemacht, aber okay. Gucken wir mal. 23. Januar 32. Warum haben Sie mir das weggenommen, was ich am meisten liebte? Prüfen Sie meine Entschlossenheit? Die Wege zur Erlösung sind voller Dorn. Das wusste ich immer, aber ich hatte nicht erwartet, dass einer davon so grausam mein Herz durchbohren wurde. Dein Tod gibt mir mehr Kraft, meine Mission vorzuführen. Ich werde dich bald wiedersehen. Ach so, hier ist ja noch eine Seite. 12. April 46. So viele Seelen wurden geopfert. Aus irgendeinem Grund spüre ich weder Schuld noch Ruhe. Ich bin davon überzeugt, dass unsere heilige Mission gerade allerhöchsten Vorrang hat. Und letztendlich wird es das alles wert gewesen sein. Heute Nacht haben wir das Blut der beiden Zwillinge dargebracht, die wir aus der Stadt entführt haben. Das Ei entwickelt sich gut weiter. Allerdings strahlt es mit seinem Wachstum immer mehr Energie ab. Denn der Moment der Ankunft rückt näher. Für uns unreinwesen ist die Strahlung schädlich. Wir haben Fälle gehabt, in denen Mitglieder Brandblasen auf der Haut hatten. Ich habe ein spezielles Plasma entwickelt, um sie nach dem Ritualen zu behandeln. Das wird helfen. Ich hoffe, die Anzüge werden uns ein bisschen länger schützen. Deshalb auch die Anzüge. Okay, das erklärt ein bisschen was. Wie gesagt, ihn lasse ich mal leben. Der soll uns nicht weiter kümmern. Auch wenn er wahrscheinlich gleich angesteitert kommt. Nee, doch nicht. Eher nicht. Einen anderen Kollegen hatte ich aber, glaube ich, noch. Muss ich mal gucken. Was mir aber auch noch aufgefallen ist. Ich wollte ja, was uns noch vielleicht fehlt. Also ich war halt überall gewesen. Bis auf im Keller. Da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr so wirklich gehabt. Also da kann sein, dass ich da vielleicht was übersehen habe. Ich hoffe mal nicht. Also von den Dokumenten her. Wollen wir mal gucken, wie wir da am geilsten wieder hingekommen sind. Ob ich den Weg... Ne, hier natürlich nicht. Gut, ich weiß, glaube ich, wo der Kollege herkommt. Wenn nicht, dann basteln wir den mal kurz weg. Ich hatte ihn zumindest gerade gehört gehabt. Jo, da ist er. Hallo. Ey, Kollege. Ich glaube da... Warte mal. Ich glaube, da hinten lag noch was. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ah, siehste. Ah, mach hin. Natürlich habe ich das mit dem Geist noch nicht gemacht. Falls der wieder aufkreuzen könnte, dann musste ich mich mal ranhalten, das mit der Lanze auszuprobieren, ob der dann weggeht. Und irgendwas... Oh, what? Die Tür war es, glaube ich, nicht. Wir mussten, glaube ich, weiter. Ich bin mir da aber echt nicht so sicher, ob ich den Weg mir jetzt behalten konnte. Ich bin jetzt hier ein, zwei Mal nochmal durchgelatscht. Hier kann man nicht runter. So, die Musik, die darf sich auch gerne mal wieder beruhigen. Ich glaube, der Herr ist weg. Gut, doch, hier sind wir richtig. Kreativationslagerraum. Und zwar hatten wir ja ein Zettelchen gefunden, wo die Safe-Kombination umstand. Was uns erst mal so viel nicht bringt. Aber wir waren hier gewesen und hatten, ähm, ja, das Tagebuch gefunden. Und ich habe halt nichts gefunden, wie man irgendwie den Safe aufmachen kann. Das war ja meine Vermutung, dass man da halt irgendwas braucht zum Drehen oder so. Deswegen dachte ich, das Einzige, was mir jetzt wieder bleibt, ist halt dieser verkackte Fernseher. Und das Gute ist, wenn man halt ein bisschen doof auf den Bildschirm starrt und sich die ganze Zeit fragt, so, was haben diese Bilder zu bedeuten? Ja, das sind wiederholende Dings, das haben wir im Tagebuch gelesen. Äh, ist mir, äh, ein Silent Hill 1 Rätsel wieder eingefallen. Was das Lösungsrätsel, äh, das Rätsellösung so rum ist. Und zwar, das musste ja, glaube ich, oder was hier unten war hier, ne? 2, 8, 4, 3, 6. Nun war es bei Silent Hill 1, sodass wir sowas mit, na, ich weiß nicht, da hatten wir Uhren gehabt. Und da mussten wir, glaube ich, was ein, na, da waren auf jeden Fall drei Uhren. Auf jeden Fall mussten wir da ein paar Knöpfe einstellen, was wohl das Richtige gewesen wäre. Und wenn man mal guckt, wir haben hier zwei Punkte. Wir haben da vier Blätter. Das ist, ehrlich gesagt, ein bisschen doof, weil ich glaube, das steht für die sechs. Das habe ich mir zumindest so oft geschrieben gehabt. Ähm, vielleicht hätten die die vier wegmachen sollen. Acht Beine, drei Räder. Jo, dementsprechend, ich hoffe, ich habe jetzt richtig lang geklickt. Warte mal. Ich mache mal, ich mache mal Ausgangssituationen. Ich weiß nicht, ob man das zum Resetten machen muss oder nicht. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und es hat funktioniert. Das heißt, auf jeden Fall erst mal... Yin-Yang. Also, das ist immer links, rechts, links, ne? So hatte ich es, glaube ich, gehabt. Dann die Spinner. Ich habe es mir extra mal aufgeschrieben. Dann der Klee. Der Klee. Das Dreirad. Und zum Schluss einfach bloß nochmal durchgehen, bis man zum Würfel kommt. Das ist der Traum. Oder sowas ähnliches wie der Traum. Und wir haben eine Kette. Das Gute ist, bei dem Ablatschen, habe ich noch eins gefunden, was ich... Ich hatte es, glaube ich, nicht vergessen. Ich habe es mir aber vorsichtshalber mal aufgeschrieben. Falls ich dann doch vergessen, Leute. Und guck mal, wundersamerweise ist der Safe auch auf. Und wir haben einen Medaillon. Die Sache ist, was mir halt hier aufgefallen ist, das hast du halt bei, glaube ich, allen, oder? Mit dem Kombinieren. A, B, A. Dass man das ausnahmsweise wirklich kombinieren kann. Und so eine Geschichte hatten wir halt auch im Kinderzimmer gehabt. Jetzt muss ich bloß mal gucken, dass ich da rechtzeitig hinkomme. Ich hoffe, jetzt sind keine neuen Viecher irgendwie gespawnt oder so. Das wäre halt ein bisschen scheiße. Und dass der Ene... Oh Gott. Dass der Ene-Typ, den ich da habe leben lassen, mich nicht killt. Mir ist so, als ob er... War doch hier bei der Pumpenstation. Doch, ich würde gerade sagen, mir ist so, als ob wir einen kürzeren Ausgang gehabt hätten. Mal gucken, ich habe... Ich weiß aber nicht hier unten. Ich weiß mit dem Geist aber nicht hier unten. Ähm... Shit, wo ging das hier nochmal lang? Ich glaube hier nicht, ne? Oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Es war, glaube ich, mal ein kür... Doch, hier waren wir schon. Ähm... Es war, glaube ich, ein kürzerer Weg. Aber gut, hier ist der Sackgasse, also kann hier eine Schwedder kommen. So, also bis dahin bin ich jetzt noch nicht gelatscht. Also ich habe das nicht eingesetzt. Nachher geht es nicht. Und dann, ja, kann ich sagen, juhu. Äh, hast eine halbe Folge geschafft. Und das war es dann aber auch. Ach, hier geht es hoch. Hm. Ich bin natürlich... Doof. Ah, lol, da kommen wir hier ja eh gleich dahin. Es ist wieder schön vom Map-Design her gemacht, dass du die Abkürzung hast. Dass du da gleich weitermachen kannst. Also das ist natürlich Ewigkeiten latschen, Maus. Wie gesagt, wenn es denn hier reinpasst. Ähm, das war doch hier irgendwo an der Seite. Genau. Und man sieht es eigentlich. Mond und Sonne, ne? Aha. Ein verstecktes Räumchen. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Mein Kopf. Oh. Mein Kopf. Was ist das? Ich weiß diese Song. Ich weiß es. Es ist die Song, die meine Freundin und ich hörten, wenn wir Kinder waren. Meine Freundin. Meine Freundin Anna. Oh mein Gott. Okay. Lag ich richtig. Ich erinnere mich. Ich bin Emma. Die Frau, die von der Brücke 14 Jahre alt fiel. Deshalb auch das Auge. Also wie gesagt, das ist mir dann wie Schuppen vor den Augen gefallen mit dieser Tür unten. Wir haben übrigens aber auch noch eine andere Tür, die relativ groß ist in der Haupthalle. Die habe ich auch komplett vergessen. Da können wir auch irgendwas einsetzen. Die Sache ist, was ich mir aber überlegt habe, was ich mir überlegt habe, weil ich habe ja in die Trophäen reingeguckt, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, unsere Schwester da nochmal rauszuholen. Deshalb müssen wir vielleicht nochmal ins Video rein. Also ich war da zwar schon mal drinnen, um zu gucken, aber war halt immer noch so, ich vertraue dir nicht. Vielleicht haben wir hier irgendwas, um das Vertrauen zu gewinnen, damit wir sie rausholen können. Was mir übrigens noch einfällt, ich habe ja zwischendurch nochmal gespeichert, sie hat nochmal was gesagt. Also bei dem Dingsnet, das haben wir jetzt natürlich nicht drauf, sie wird es ja nicht wiederholen. Also sorry dafür. Anna, du hast das ganze Zeit allein in der Nacht geleistet. Ich weiß nicht, ob du noch da bist, aber ich versuche, ich werde alles in meinem Macht machen, um dich zu finden. Es ist Zeit, zu finden, was hinter der Trophäen in den Trophäen ist. Warte mal. Oh, dann war das das Einzige, was noch gefehlt. Ach stimmt, das hatte ich ja gesagt gehabt. Cool, haben wir das auch. Also, hat die Reihenfolge nicht unbedingt was damit zu tun. Wie gesagt, bei William fehlt uns glaube ich noch was, sonst hätte ich da glaube ich auch ein Trophäe gekriegt. Bei dem Betriebsbuch mit Sicherheit auch ein bisschen was. Okay, 15. November 1980. Mutter sagte uns, wir sollten nicht dorthin gehen, aber wir hörten nicht auf sie. Wir beschlossen, den Wald neben dem großen Garten zu erkunden. Wir waren neugierig, aber als wir Geräusche von Schlägen und Schreien hörten, bekam mich Angst und bat Emma zurück ins Haus zu gehen. Sie wollte unbedingt wissen, woher der Lärm kam. Also ging sie weiter und ich folgte ihr. Wir sahen drei Männer in Ganzkörperanzügen auf einer Lichtung. Sie standen unter großen, mit Symbolen versehenen Felsen und schlugen mit Hämmern auf einen rotbefleckten großen Sack, der sich zu krümmen schien. Einer von ihnen schüttelte eine Flüssigkeit über den Sack und zündete ihn an. Der Sack bewegte sich heftiger. Ich bekam Angst und zerbrach den Zweig, den ich in der Hand hielt. Die Männer sahen auf und zeigten in unsere Richtung. Ich packte Emma am Handgelenk und rannte. Wir schlugen uns durch dornige Büsche, ständig die leiser werdenden Schreie der Männer in den Ohren. Schließlich schafften wir es zur Wille, aber die hübschen Kleider, die Mutter gemacht hatten, waren ruiniert. Stimmt, wir hatten ja auch davon gelesen, dass die halt irgendwie zurückkam und dass Mutter deshalb so sauer war. Ah, oh Gott. Das ist halt auch so ein komischer Pack, den ich dann hatte. Da hat sie dann rumgeschwirbelt. Ein metallener Angelhaken mit einer scharfen Spitze. Das alte Spiegel gehört meiner Mutter. Ihre Melodie brachte meine Kindheitserinnerung zurück aus der Zeit, bevor ich damals vor 14 Jahren von der Brücke stürzte. Anna und ich lauschten ihrer Melodie, als wir in diesem Zimmer miteinander spielten. Okay. Die Sache ist bloß... Angelhaken. Wofür? Metallener Angelhaken. Hätte das sein können. Ich meine, wir konnten bisher relativ wenig kombinieren. Ähm. Hä? Ich bin auslösend, glaube ich, wieder reingelaufen. Okay. Das haben wir. A, B, A. Warte mal, den kurz... Hä? Hä? Hat sich jetzt der Raum geändert? Also... Wir können jetzt... Entschuldigung. Boah, furchtbar. Ich wollte gerade sagen, wir können ja aus gutem Grund hier gerade nicht mehr zurück. Und Dings ist auf einmal weg? Dings ist auf einmal weg. Loll. Dentist Room. Okay. Ab zum Zahnarzt, würde ich sagen. Ich will aber trotzdem, bevor wir in den Raum reingehen. Warte mal, wo bist denn du? Ich will das jetzt wenigstens mal ausprobiert haben, damit ich sagen können, jo. Okay. Verschwendung. Der steht trotzdem wieder auf. Der bleibt nicht. Gut, dann haben wir es auch mal ausprobiert. Hätte sein können, dass der eh sich jeden wechselt, aber für immer weg bleibt. Ist halt ein bisschen nervig, dass der ständig angeschissen kommt. Gut, wenn man jetzt begriffen hat, okay, man muss eigentlich bloß den Raum wieder wechseln, dann ist er weg, dann geht das schon. Ach, Lull, jetzt sind wir ja schon hier. Aber, ähm, das war noch die Kirche. Ich, ich meine, ich will das bloß versuchen, zwecks der Erinnerung. Also, ob wir, ob wir sie da rausholen können. Experimentierer, Zahnarzt noch nicht, doch, Experimentierraum. Wie gesagt, lass uns bloß mal kurz gucken, wenn wir jetzt wissen, dass das unsere Schwester ist. Vielleicht dient der Angelhaken als Beweis oder so, ich weiß es nicht genau. Nee, Quatsch, warte mal. Ansonsten halt, ja, ich werde sowieso ins Video reinkieken, aber wir müssen halt auch nochmal runter. Das Ding ist was, ich habe da keine Tür im Gewölbe gesehen. Okay, steht immer noch da. Ja, ich komme da aber auch nicht rein, ne? Also, passt nicht. Shit. Keine Ahnung, ob es eine Möglichkeit gibt, sie rauszuholen, also dass sie dann auch wieder lebt. Heißt also, äh, wo ist denn, ach hier. Heißt also, wir müssen einfach mal schauen, was uns das Ding bringt, das andere Tape. Äh, nee, warte. So, rausholen. Yay. Habe ich Bock drauf, ihr auch. So, rausholen. 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 Vielen Dank.